Ja, Alex, eine Sache, die ich dir noch erzählen wollte, damit du das später auch auf keinen Fall vergisst. Mir ist heute Morgen klar geworden, wie sich meine Zukunft gestalten könnte. Wenn ich mal keine Lust mehr habe, vor dem Bildschirm zu sitzen, mache ich genau das, was der Typ macht, mit dem ich mich heute Morgen so wunderbar eineinhalb Stunden am Frühstückstisch unterhalten habe. Der macht ein Gästehaus auf, in einer schönen Location, macht alles schön fein, lernt, dauert neue Leute kennen, hat ein einfaches Leben und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und was ist das Wesentliche?